herzlich willkommen heute zu einem weiteren video ein bisschen f1 etwas neues von pyrotrade ein bengalo in grünen blink neem mal gucken wo das ist da haben wir es 19 gramm schön gesichert hier die zündschnur da haben wir sie und die testen wir jetzt die sind sowas von hell das ist der wahnsinn da kann man nicht reingucken extrem also viel besser wie die von nico richtig hell die ganze umgebung ist grün wahnsinn rennt doch noch voll lange er hört ja gar nicht mehr auf da 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 So, das dürfte es gewesen sein. Ja, richtig geil Leute, richtig lange, richtig grell. Die kann man sich auf jeden Fall gönnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.